Sie kontrollieren alle, ob die wirklich eins richtig durchgebunden haben, dann wird alles festgemacht und dann wird die Klemme runtergenommen und der letzte Schnitt gemacht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Da es keine bessere Apparatur gibt, die Herz überwacht, muss der Kollege, der Assistent, richtig das durch die eigenen Hände füllen, ob das Herz gut ist und stabil ist. Vielen Dank.